Nein! So, das ist der Moment, auf den, glaube ich, sehr, sehr viele von uns gewartet haben, nämlich auch die Möglichkeit, auch richtig auf Wiedersehen zu sagen, nach einer wunderbaren gemeinsamen Zeit im Sommer 2020 ist ein junger Stürmer zu uns gekommen. Er hat vorhin schon ein bisschen in der Bundesliga gespielt, wir haben ihn ausgeliehen von Mainz zu Liverpool und schon im ersten Jahr in der Bundesliga geschlossen. Und wenn er im Sommer 21 alles versucht, ihn nach Berlin zu holen, und als er wieder hier war, hat er gesagt, er hat noch nicht mal seine Wohnung gekündigt gehabt, er wusste, dass er wieder kommt. 65 Spiele für den ersten Lektion in Berlin, 25 Tore. Wir werden es niemals vergessen, wir sagen danke und auf Wiedersehen, unser Nummer 14, Zanko! Ich bin 15.13, Zanko! Lina! Lina! Christiana! Christiana!